Servus Leute, heute habe ich drei Szenen für euch, alle von meinem zweiten Account. In der ersten war ich während des One-Shot-Events auf Shorland unterwegs, nur mit der Mosin, absichtlich, um einfach ein paar Leute auf die Brust zu one-tappen. Und das hat dann auch ganz gut geklappt, ich will euch das nicht zu viel spoilern. In der zweiten war ich auf Customs unterwegs, habe die Setup-Quest gemacht, das heißt mit Ushanka, Scarefeste und einer 1.5.3 Shotgun mit Flachette, glaube ich. Auch während des Events hat sich angeboten, weil natürlich Shotguns da dementsprechend auch ein bisschen mehr Potenzial hatten. Und in der letzten Szene, das war noch vor dem Event, da habe ich mit der Mosin die 25-Meter-Kills gemacht, Tarkov-Shooter 3 auf Factory. Das hat auch ganz gut geklappt, aber auch das will ich euch nicht spoilern. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst man vorne da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Hipfei des Grauens in sein Gesicht. Die Frage ist, wo ist jetzt ein Mate? Ist auch da. Das war ein Headshot. Pushen kann man nicht mit der Mosin, aber wir sind schnell im Flanken. Porque wird man nicht mit der Mosin entfernt. All right! Junge, du hockst da die ganze Zeit, ja? Jawohl. Na Freunde, so Nimosin ist was Schönes, ne? So, dann hat die auch mal ausgedient. Halt erstmal müssen wir meine M4 nachladen. Ich will doch bloß ein paar schlecht gegierte Leute. Der Typ gerade eben ist auch bloß nicht gestorben, weil er den Level 5 Armour oder so anhatte. Geht da rein, danke. Das war, ne? Ich, 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 Leute, ich schwöre es euch, ich bin ein guter Spieler. Gut halt nicht. Die Shotgun ist schuld. Gut halt nicht. Hey, Cardi. Ey, shit, wo ist der? Ich höre ihn nicht. Achso, ja, das kann ich natürlich machen, Blondie. Das Problem ist, wenn ich hier einen Scafran mache. Das ist halt saulangweiliger Content jedes Mal, deswegen. Das merkt man, Scafran sind nicht so gern gesehen, da gehen dann immer viele Viewer. Aber wir essen erst mal was. Ich glaube, die nehmen sich beide nicht viel Backline. Hey, Delta Lima. Ne, ich questig halt die. Ich muss Shotgun-Kills machen. Für zwei Quests sogar. What the fuck? What the fuck? Ich hab keine Ahnung, was ich hier schieße. Wir konnten ja gerade meinen... Okay. Christoph! Hockenwarten, Main, ja. Es ist schlimm bei dem Event. Ich saß euch. Hockenwarten, Main. Hockenwarten, Main, ja. Hockenwarten, Main. Hallo? 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 Moin, es gab erst, danke für die 200. Wie geht's? Hallo? Wie geht'st? Wie geht'st? Wie geht's? Das war's. Das war ein Treffer. Jo. Hä, der ging in die Wand und ich hab' ihn? Der ging in die Wand und ich hab' ihn. What? Ich hab' hierhin geschossen. Dahin. Der ist tot. Ich hatte gerade vier Kills, jetzt sag ich fünf. Erstmal dünner Essen, das klingt vernünftig. Der hat mich sowas von reported, der Kollege. Aber vom allerfeinsten. Oh boy. Mäusling! High five! Habe ihn. Ah ne, war KS. Level, ah ne, das ist verpackt. Das ist verpackt. Und schreib' ihn jetzt sehen, hat er auch noch. Das geht, oder? Wie er wieder geht. Das war doch wohl ein Headshot. Headshot. Ich muss sagen, wo sind Ironsides? Ne, also wenn die Gegner kein Gear haben, eigentlich ganz nice. So, einen noch. Würde ich sagen. Hä, was? Ne? Das waren mehr als 25. Echt jetzt? Oh. Echt jetzt? So gut geschossen. Und dann sowas. Oh. Oh. Oh, ja. Oh. Oh, blä. Okay, okay, okay. Dürfte gezählt haben, oder? 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 Hat mal einer von euch einen verdammten Rucksack? Wie wäre es? Ey, Jungs. Nicht jetzt. Okay, das war jetzt einfacher als gedacht. Keine Ahnung. Einfacher als gedacht. Feiner. Von vier Kürze, oder? Keine Reaktion im Chat. Heute ist echt schlimm. Heute ist vorbei. Ich glaube, da kann ich machen, was ich will. So, was haben wir hier? Danny, danke schön für den Follow. Willkommen. Habe ich dich gerade gekillt? Sieht so aus, ne? Saiga. Ich glaube, ich nehme die KS mit. Die kann ich nicht kaufen. Scheiß auf die Saiga. Wir nehmen hier bloß das hier. Weicht. Abfahrt. Raus hier. Ich nehme das Pi-Mega. Scheiß drauf. Habe ich schon im Stash hier. So viel Shotgun spiele ich auch nicht. Ich komme mir heute so alleine vor. Keine Ahnung. So. Wundervolle Runde. Mosin. Ah, das war Thorax. 29,5. Alles Mosin-Kills, ne? Headshot Mosin. Mosin Infanterie. Oh, nice. To get away. To see you again. See you again. Been fighting ways. To get away. To see you again. See you again.